FOMA 2, dann machen wir auch FOMA 2 auf, geil. Ich fang einfach mal oben links an und wenn es was wird, dann bleib ich dabei, ansonsten müssen wir dann die Käse und die Kies ansacken. Geil'n Blaus, das wollte ich schon immer. Luca, danke für den Follow, moin moin. Fresse. Einfach mal Käse aufmachen und Fresse halten, okay. Nein. Okay, das Spiel hast du mich halt eben tief. Okay, ich hab jetzt eigentlich dann wirklich genug AKs, ähm, für ne kleine Privatarmee, man. Ach, aber jetzt könnt ihr echt auch, ich darf mich gar nicht erst hier. Ich lehne mich hier zurück und chill' es ein bisschen. Ist ja erst die sechste oder siebte AK bei 20 Kases, das ist auch ziemlich, äh, keine Ahnung, wie soll ich sagen, normal halt, ne? Geht doch! Yes! Komm, ich nehm' die Phoenix. Ich hab' vorhin auf Luca gehört, da hat nix geholfen, jetzt nehm' ich Phoenix. Mal schauen, was da so rauskommt. Ach, siehst du, Luca, so geht das, ne? Oh mein Gott! Geht mein Duh! Nein! Geht, ah! Geht! Geht! Okay, das wäre ein verdammtes Stat-Track-ABP-Azimov gewesen. Last mit Last. Last mit Last, okay. Na, jetzt weiß ich wie es geht. Okay, Last mit Last. So, jetzt geht es aber um die Wurst, Jungs. So, jetzt geht es um die Wurst, Jungs, Jungs. So, jetzt geht es um die Wurst, Jungs. So. Ach, einfach schön. Einfach schön gemacht. Sollte ein Hashtag sein, ne? So. So, jetzt geht es um die Wurst, Jungs. Untertitelung des ZDF, 2020